So Freunde, was geht? Es gibt wieder ein Reaction Video und heute ziehen wir uns ein Video von Paul rein. Und Julian hat mich letztes Mal gewarnt, ich soll keine Reactions auf Paul machen, weil es gibt viel Hate. Aber wir starten direkt rein. Und zwar geht es rein in dieses Video hier mit 6% KFA Schultern und Arme trainieren. Ich glaube der Manuel ist auch dabei. Ziehen wir uns das mal rein, mal gucken was der Paul hier so erzählt. Ich habe das Video übrigens noch nicht gesehen. Leute, ich bin einfach ein Naturgott, Alter, barfuß. Da holen wir jetzt endlich mal den Paul rein. Was für ein Naturgott. Es wird Zeit, dass man anormal auf noch weniger Kalorien gesetzt wird. No front, aber bei der Maschine, Paul, sieht sogar dein Arm dünn aus. Halt die Fresse. Ich glaube nicht, dass Pauls Arm irgendwann mal dünn aussehen kann, Alter. Der hat glaube ich einen 50er Ärmel oder so, aber naja, gucken wir mal weiter. Schäme, das ist ein falsches Winky. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner, das ist Manuel Haas. Wir befinden uns gerade im wunderschönen Ibiza. Und es steht stabil, Alter. Erstmal den Influencer-Lifestyle führen hier auf Ibiza, ne? Kann man nur neidisch sein, Paul. Stabil, hast du alles richtig gemacht. Ibiza ist bestimmt geil jetzt aktuell, auch nicht viel los, ne? Eine fette, fette Training, Alter. Schulterarme, genauso haben wir auch bei unserem ersten Mal trainiert, wie wir uns kennengelernt haben. Also, es wird spannend, vielleicht könnt ihr euch nochmal das alte Video reinziehen und dann ein bisschen vergleichen, was seitdem passiert ist. Wir wünsche euch viel Spaß, es wird geballert. Du bist ja normalerweise nicht Schulterdrücken im Stehen drin, ne? Ne, ich habe die Übung immer zu Hause gemacht während der Quarantäne, aber dann auf Maschine umgestiegen. Wer weiß, vielleicht ist das jetzt wieder so ein Moment, wo ich mir denke, oh, sollte ich in Wien auch wieder machen, weil sie eigentlich ganz geil ist. Aber wir schauen einfach mal, was so geht. Ich überlege gerade wie... Ich kann nicht zustimmen. Ohne Scheiß, während der Quarantäne hat man ja meistens so Übungen gemacht, die man wahrscheinlich im Gym aus Bequemlichkeit nicht so macht. So wie der Manuel. Schulterdrücken im Stehen, übelst geile Übung. Aus Bequemlichkeit macht man dann meistens so was wie Schulterdrücken im Sitzen mit Kurzhanteln oder so. Aber eigentlich Langhantel ist schon immer eine geile Sache, ne? Du wäde, ich mache. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch eine Zehna drauf. Ich meinte eigentlich statt der schwarzen, aber egal. Zehn plus zehn plus fünf sind 25. Alter, was haben wir da jetzt? Achso, das sind 70 Kilo, stabil, Alter. Nee, warte, fast wir sind 70. Warte, zehn plus zehn sind 20, doch. Das sind 60 plus fünf sind 70. Keine Mathe, Alter. Gleich untermachen, ne? Ja, egal. Normalerweise war mein Standardarbeitsgewicht immer 80 Kilo. Ich bin auch gut dabei geblieben. Ich habe letztens mal etwas die Technik angeglichen. Ich mache jetzt zwar vielleicht manchmal nur noch sechs, sieben Reps, aber dafür etwas sauberer. Trotzdem nicht ganz bis zur Brust. Aber vom Hebel her ist es für mich einfach optimal, wenn ich genau hier starte, weil sobald ich weiter runtergehe. Das ist beim Paul ja auch immer so eine geile Sache. Also der Paul sieht absolut brutal aus, ne? Aber wenn man mal seine Leistung vergleicht mit Leuten, die beispielsweise Powerlifting oder so machen, dann hat er ja absolut lächerliche Kraftwerte, ne? Also jetzt noch Front an der Stelle, aber der wiegt 100 plus Kilo und macht mit 80 bis 70 Kilo Schulterdrücken. Das ist jetzt nicht extrem, ne? Wobei er sieht halt um einiges mehr aus. Das ist ja das Bewunderungswerte daran. Ich glaube, er esquartet auch irgendwie nur mit 130 Kilo. Ist krass. Also da sieht man mal, Gewicht ist nicht alles, ne? Ich schiebe meine Ellbogen nach hinten und es macht einfach keinen Sinn für die Handgelenkstabilität und generell für den Unterarm. Deshalb versuche ich es hier vorne zu lassen und dann einfach nur so weiter runter zu gehen. Dann ist auch keine Spannung mehr auf der Schulter, oder? Wenn du oben so weiter nimmst. Genau. 20, 60, 70 Kilo schon, okay. Also 10 Kilo vom Heißgewicht. Mal sehen, wie sich das Baby hier gleich anfühlt. Ich muss ein bisschen tiefer rausnehmen. Der Mann ist der Zwerg hier. Aber es sollte funktionieren. Junge. Ja, das ist immer der Paul und der nimmt natürlich, wie er es vorhin gesagt hat, nicht die ganze Range of Motion mit. Kann ich einerseits verstehen. Auf der anderen Seite lässt er natürlich vielleicht ein paar Gains liegen. Aber so neigt man nicht dazu, die Schulter nach vorne kippen zu lassen und hat natürlich auch weniger Verletzungsgefahr. Aber dann kommt natürlich die Technikpolizei und sagt, Junge, Junge, da gehen auch zwei, drei Zentimeter. Aber ich denke mal, wenn der Paul ein gutes Gefühl mit hat, dann ist das die bessere Wahl für ihn. Der einzige Kack ist, ich habe gestern auch hier gesquattet, also vorgestern. Und der Boden ist leider sehr, sehr instabil. Deswegen barfuß, so wie ich, Alter. Vielleicht soll ich es deshalb so wie der Manu machen. Junge, macht niemals barfuß in irgendeinem Gym, wo ihr keine Ahnung habt, was für Leute da rumlaufen, Training. Auch das ist genau das Gleiche, als würdet ihr in ein Freibad gehen, beziehungsweise ins Schwimmbad, und dann da in der Umkleide barfuß rumlaufen. Fußpilzgefahr hoch 10, ey. Also klar, kann man machen, aber ich meine jetzt nur, wenn man sich hergehen will, sicherlich nicht das Hygienischste. Für ihn jetzt persönlich. Ich meine, die anderen juckt es ja nicht ihrem Schuh an. Ja, Leute, ich bin einfach ein Naturgott, Alter, barfuß. Könnt ihr auch nackt trainieren, Digga. Das sieht aus wie so ein Kent aus, keine Ahnung. Sehr geil, aber 70 mache ich noch nicht, glaube ich. Ich mache 60 Mal. Ganz, ganz ruhig. Was überlegst du gerade? Weißt du noch, das letzte Mal, als ich diese Übung gemacht habe, da war an einem Outdoor Gym in Wien, da habe ich den Maximalkraftversuch gemacht, da habe ich 75 oder so gemacht. Davor, das letzte Mal zu Hause und da, glaube ich, mit 60, 65, irgend sowas. Du warst auf jeden Fall schon gut stark, ja. Aber jetzt sind da mal, da, Digga, da war auch der Progress heftig. Da habe ich alle zwei Wochen fünf Kilo mehr gemacht. Aber mal schauen. Diätfreunde, Tag 68 von 125. 60 Kilo sind drauf. Manuel, acht Wochen out. Ich, fünf Wochen out. Digga, es wird crispy. Es ist schon krass, wenn man bedenkt, dass der Manuel locker im Kopf kleiner ist und auch mal so 20 Kilo weniger wiegt, dass er fast genauso viel nimmt wie Paul. Ich würde mal sagen, der Manuel hat deutlich mehr Kraftpotenzial als der Paul. Auch wenn der Paul brutaler aussieht. Spannend. Das ist aber jetzt schon grenzwertige Range of Motion. Also, wie haben wir vorhin gesagt, Schulterblätter nicht nach vorne kippen, dies, das. Aber das ist schon... Da geht noch ein bisschen was, ne? Hier, Technikpolizei am Start. Mittlerweile ist mir die Kraft scheißegal, weil ich einfach nur in Shape kommen will und auf den Wettkampf hinfieber. Also, das ist halt geil, so die letzten 35, 36 Tage. Ich will einfach nur shredded kommen. Ob ich jetzt schwach werde, muss ich hinnehmen. Ich höre dazu. Als Nedi leider nicht vermeidbar. Oh, da sagt er was, ne? Als Nedi. Na, der Paul, der Untergleitner hier. Wir gehen gleich weiter. Ich muss sagen, der... Hier, gucken wir mal nochmal zurück hier. Der Manuel, der gefällt mir da um einiges besser, auch von der Technik. Guckt euch mal den Paul an. Hier, gerade so bis zum Kinn und dann wieder hochschmeißen, ne? Und der Manuel, der geht richtig schön runter, ne? Also... Zack, habt ihr gesehen? Brutal. Wir gehen gleich weiter. Die Maschine ist richtig fett, aber ich nehme nicht den normalen Griff hier, sondern platziere meine Hände hier unten und dann ziehe ich geil hoch und knall schön rein. Und auch, wenn ich jetzt vorher bei Schulterdrücken richtig verkackt habe, hier wird dafür komplett alles gegeben. Und die Schultern penetriert. Aber natürlich vorher Warm-Up. Wisst ihr Bescheid? Okay, ist geil. Auch wenn der Bewegungsradius halt nicht so übertrieben... Also... Ja, unten. Aber trotzdem, sehr geil. Geil ist, da kann man auch keinen Schwung holen. Das heißt, ihr könnt nicht cheaten. Ja, ey, seitdem wir Maschinen sind, mit das Brutalste, was es gibt. Also, wenn ihr ein richtig geiles Gefühl haben wollt in der Schulter, auf jeden Fall seitdem Maschine, kann ich nur zustimmen. Erstmal Gewicht drauf hier, ne? Das ist schon gut streifig, der Paul, ne? Alter, nicht schlecht, ey. Ich glaube, der hat auch nicht mehr so lange, zwei, drei Wochen, oder was? Vor einem Wettkampf. Aber ob das da wirklich 6% KFA sind, hoffentlich macht ihr hier gleich noch ein Posing-Update. Das wäre mal spannend. Noch mal einen guten Schluck ERAs. Ganz wichtig immer, mit Salz. Am besten. Junge, ERAs sind einfach das ekligste, das es auf dieser Welt gegeben hat. Ich habe noch keinen einzigen Hersteller von ERAs probiert, die gut schmecken. Also wirklich gut und nicht okay. Ihr kriegt Salz, Salz unjodiert oder mehr Salz und es zerlegt euch im Gym. Der Pump ist crazy. Durch den Schweiß geht viel Salz verloren. So führen wir es eben wieder zu. Und wie gesagt, fördert doch noch den Pump zusätzlich. Besser geht's nicht. Video-Skills sind auch am Start, bei den beiden. Nicht schlecht. Also Video ist gut gemacht. Da geht es an der Maschine. Eine Spezial-Schulter-Drückmaschine. Also nicht Spezial. Eine Schulter-Drückmaschine halt. Der einzige Kack ist, die Griffe sind richtig weit vorne. Das heißt, für mich ist eigentlich schon fast Drücken von hier. Jetzt habe ich einen Follower drauf gemacht. Wir sollen nicht einfach mal verkehrt rum reinsetzen. Das werde ich genau heute probieren. Wenn der Sitz noch ein bisschen ziefer ist. Dann drückst du auch so ein bisschen leicht hinter den Kopf. Genau. Dann habe ich mehr Schulterbelastung. Man sieht das hier auf jeden Fall einfach perfekt im Spiegel, Leute. Bam. Ja. Ist auf jeden Fall deutlich besser als andersrum. Ist geil, aber gut schwer auf jeden Fall. Also viel mehr brauche ich da definitiv nicht. Aber da hat der Paul einen guten Tipp gegeben. Das können sich alle mal angucken. Meistens geht, also die meisten Schulterpressen gehen dann immer irgendwie so nach vorne. Das ist dann eher so, weiß ich, obere Brustbelastung. Anstatt wirklich, dass sie hinter den Kopf so ein bisschen gehen. Das ist dann immer ein guter Tipp, sich andersrum reinzusetzen. Und das mal auszuprobieren. Schauen wir mal, was Madre jetzt zaubert. Easy. Also genau so hätte ich das auch gemacht. War nur ein Warm-Absatz. Kraft ist da. Aber die Frage ist, warum nehme ich dann einfach kurz hanteln. Ist dann ein bisschen praktischer wahrscheinlich, wenn die Maschine nicht so toll ist. Hörst du mehr drauf? Zehn mehr nur pro Seite. Da holen wir jetzt endlich mal den Paul ein. Es wird Zeit, dass wir Anu mal auf noch weniger Kalorien gesetzt werden. Erster Satz. Wir starten jetzt mit 40 Kilo pro Seite. Mal sehen, wie schwer oder leicht die wären. Ich rechne eher mit Schwierigkeitsgrade. Neun von zehn. Zwei. Drei. Komm an den Ball. Vier. Fünf. Sechs. Vorbein ist schon nicht schlecht. Sehr schön, komm. Ja, ein paar Half-Raps hier noch rausballern beim normalen Seitheben. Ja, ob das jetzt noch so viel Sinn macht, ob man dann nicht lieber hätte einfach mehr Sätze an der Seithebemaschine machen können. Ich meine, klar, das ist ein bisschen ein anderes Bewegungsmuster, aber dadurch, dass du halt konstantere Spannungen hast an der Seithebemaschine, zumindest sehr wahrscheinlich, ich habe die jetzt nicht ausprobiert, aber wäre es einfach sinnvoller gewesen, meiner Meinung nach, spart man sich halt Hübung, macht ein paar Sätze mehr dafür und fertig. Oh, Streifen sind da Teile, das ist da total, Alter. Ach, die haben das im Supersatz gemacht, ne? Ja, hier, guck mal, das ist hier mal ein richtig naturaler Vergleich. Das ist der Manuel. Das ist der Paul. Das ist der Manuel. Das ist der Paul. Nein. Paul ist natürlich ein bisschen Lina, ne? Das kann schon mal den Einschein erwecken, dass da jemand ein bisschen nachhilft, aber muss natürlich nicht sein, ne? Ich finde, beim Paul ist das sowieso immer so. Und wenn der voll im Saft ist und dann richtig post, geiles Licht benutzt, dann denkt man so direkt, ja, Junge, der kann doch nicht netti sein. Aber wenn er dann ein bisschen Lina wird und man sich das mal so wirklich vor die Augen führt, ja, okay, der Typ gibt halt alles, ne? Das ist schon. Machen wir was anderes. Oh, guck mal, hier Nachrichten. Perfekt halt. Falls ihr euer Training auch aufs nächste Level befördern wollt, dürft ihr natürlich nicht das. Stabil erstmal Werbung skippen hier. Zack, 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 zack. Oh, da geht's weiter. Ich bin seit kurzem, also eigentlich seit dem Lockdown wieder mit reingenommen, um vor allem meine Bankdrücktechnik zu verbessern und stärker zu werden. Jetzt bin ich halt auf D, deshalb stärker werden ist nix. Aber trotzdem sehr, sehr gut, um Schultermobilität und vor allem die Schultergelenke stark zu halten, ein bisschen zu stärken und kann ich auch in Zukunft dann helfen, beim Bankdrücken deutlich besser zu werden. Das heißt, bei Manuel wird's wahrscheinlich definitiv auch noch mit reingebracht. Ja, in der Off-Season halt dann, oder? Jetzt macht's keinen Sinn, das da zuzuhauen. Also ich knallere meine hintere Schulter und rotatoren sowieso immer komplett weg, viermal die Woche. Aber dann demnächst ist wieder mehr Rückenfokus angesagt. Ich denke, es spielt es darauf an, dass man eben einfach, wenn man hinten im oberen Rücken ein bisschen mehr Muskeln hat, dass man da eben auch ein bisschen mehr Spannung beim Bankdrücken hat. Ja, allgemein hilft einfach viel Fleisch, um beim Bankdrücken besser zu werden. Also es gibt da jetzt keine magische Übung, dass wenn ihr jetzt hier vorgelehnte Seite eben macht, dass ihr dann nach einmal 10 Kilogramm Bankdrücken drücken könnt. Das werdet ihr wahrscheinlich schaffen, wenn ihr einfach mehr Bankdrücken macht, ne? Im Endeffekt ist es auch nichts anderes als ein halbes Rudern. Wenn man das so mal anguckt, er bewegt einfach seinen Ellenbogen nach hinten in einem sehr abgespreizten Winkel. Also alle, die jetzt viel Rudern, werden wahrscheinlich fast dasselbe erreichen, wenn sie dann einfach mal ein bisschen breiter greifen, wie bei der letzten zwei, drei Sätzen. Aber naja. Ihr wisst Bescheid, bei Armen mache ich keine halben Sachen. Deshalb wie immer Fullstack-Scout-Girl. Die Maschine ist auch richtig fett. Ballert gut rein. Im Supersatz, Trizepsstrecken über Kopf. Der ultimative Supersatz. Sitzt natürlich wie immer ganz unten, weil große Menschen brauchen viel Stretch. Er trainiert ja diesen Arnold-Split. Ich habe mich gerade gefragt, warum denn jetzt Bizeps drankommt. Weil er ja so ein Brust-Rücken-Schulter-Arme und dann Beine-Split hat. Deshalb fängt er dann mit Bizeps jetzt an. Macht er hier ein paar Scut-Curts. Dicke Arme hat auf jeden Fall der Paule. Gucken wir mal, was er für Gehyptipps hier hat. Also er macht ein bisschen Scut-Curts. Also über Kopf-Trizebs. Aber bei der Maschine, Paul, sieht sogar dein Arm dünn aus. Halt die Fresse. Du filmst das in falschen Winkel. Okay, da sieht er wieder fett aus. Ja. Das Gewicht ist ein bisschen zu schwer. Ja, da sieht man ja auch der Paule. Der Schlingel, Alter. Da hat er hier immer die guten Winkel am Starten. Da kennt er sich aus. Deswegen sieht er also immer so breit aus. Wo sich die linke Seite natürlich trotzdem aufmachen. Yes, sehr schön. Oh. Geht noch, was ist denn? Du bist wie ein kleines Kind. Was los ist hier? Das nennt man Einschätzung. Was für Einschätzung? Das nennt man gutes... Ich hab noch... Bei mir sagst du sechs Raps doch. Und bei dir hörst du auf, wenn du noch fünf kannst. Idiot. Ich hab 30 gemacht, Leute. Beim nächsten Mal machen wir mehr. Ja. Ja, man. Ich hab noch mal eine Vizep-Übung. Aber ich war immer standardgemäß bei einer. Weil es definitiv gereicht hat für mich. Meine Arme sind halt sowieso keine Schwachstelle. Aber noch eine Trizeps-Übung hinterher. Geht immer. Deshalb Trizeps strecken. Trizeps drücken am Kabel. Schön schwer. Schön reinballern. Also verstehe ich jetzt richtig. Der Paula macht eine Vizep-Übung, zwei Trizeps-Übungen. Hab jetzt nicht gehört, wie viele Sätze. Vielleicht hab ich mal was geskippt. Aber ich schätze mal so sechs bis acht oder so. Also zusammen beides jetzt. Und natürlich hoffentlich halbwegs Full Range of Motion. Das Ganze dann wahrscheinlich zweimal die Woche. So typisch. Ja, ist ein ordentliches Volumen. Ist jetzt gar nicht so krass, ne? Wenn man sich das mal so vor die Augen hält. Sagen wir mal, der macht jetzt sechs bis acht Sätze. Jede Übung drei bis vier Sätze. Bei zwei Übungen. Das sind zwölf bis sechzehnt. Ja, was? Ja, zwölf bis sechzehnt. Keine Mathe, ne? Pro Woche. Der Trizeps kommt da so geil, Alter. Ja, da kam halt Pauls Stärke, ne? Also man sieht halt schon krassen Unterschied zwischen den beiden. Und ich denke, daher rührt auch immer dieses Ja, der Paula, der kann nicht nett sein. Ja, ist halt schwierig zu beurteilen, ne? Also muss man schon sagen. Wenn man den Vergleich zu Manuel sieht, könnte man schon sagen, dass Manuel so der Niddy ist und Paul, der, ja, der, der ein bisschen nascht. Aber weiß man halt nicht, ne? Ist schwierig. Besonders, weil man halt sehr, sehr viel mit Licht rausholen kann, ne? Das darf man nie vergessen. Ja, es war auf jeden Fall eine anstrengende Session. Wir sind beide durch. Falls ihr nochmal Posing sehen wollt. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Manuel hat seinen Füschel verloren, aber es macht nichts. Ansonsten war es das von dem Video. Ich hoffe, es ist gefallen. Das ist leichter. Hat Bock gemacht. Wir haben gut durchgezogen. War ein echt geiles Training. Es ist geil, Leute. Bei der Fettkampf, die jetzt können uns beide... Ja, ich dachte, jetzt kommt Posing. Also kam nicht viel. Ja, was soll man zu dem Training sagen? Stabil. Die Jungs trainieren hart. Die Jungs trainieren viel Volumen. Mich wundert halt, dass der Manuel echt so viel macht wie der Paule. Ist schon krass, weil man muss ja so denken, der Manuel ist ja jetzt nicht so weit fortgeschritten wie der Paul, also braucht er wahrscheinlich gar nicht so viel Volumen, gar nicht so viel Frequenz. Aber ja, macht ihm wahrscheinlich einfach Spaß, so viel zu trainieren. Ich weiß auch nicht, ob er jetzt wirklich zweimal die Woche den Trainingsplan durchzieht, was schon sportlich ist. Also da sind sechs Trainingseinheiten die Woche. Nicht schlecht, ne? Ja, ihr könnt euch ja selbst einen Eindruck davon machen. Ich finde das Training jetzt nicht schlecht. Ich habe es mal ausprobiert. Ich habe mal so ähnlich trainiert. Das Einzige, was ich jetzt nicht unbedingt für sinnvoll erachte, ist einfach, das zweimal seitheben zu machen. Wenn du einmal eine Maschine hast, da noch mit Kurzhantel, dann mach einfach die Maschine und gut ist. Ein paar Sätze mehr. Ansonsten stabiles Training. Ich persönlich hätte wahrscheinlich eher sowas wie Facepuls anstatt Reverse-Seitheben gemacht. Also anstatt vorgebeugten Seitheben. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Da kann man auch sehr individuell rangehen. Stabiles Training. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.